Hallo, ich heiße Renate. Heute befassen wir uns mit der Textsorte Bericht. Doch was ist ein Bericht eigentlich? Was macht ein Bericht aus? Mit Berichten informieren die Autoren möglichst objektiv zu einem bestimmten Ereignis, Sachverhalt oder Ähnlichem und setzen den Leser darüber in Kenntnis. Man unterscheidet zwischen drei Arten von Berichten. 1. Dem Erfahrungsbericht, wie z.B. einem Erlebnis-, Reise- oder Praktikumsbericht. 2. Dem Ereignisbericht, wie z.B. einem Katastrophenbericht, einem Unfallbericht oder Sportbericht. 3. Und dem Untersuchungsbericht, wie z.B. einem Forschungsbericht, einem Waldschadensbericht oder einem Wetterbericht. In diesem Video erkläre ich dir, welche Besonderheiten und Merkmale ein Ereignisbericht hat. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus.